ARD Text im Auftrag von Funk Wer? Das ist ja du kolumbianische Drogenbieler. Weil irgendjemand hat ja mal den Schilderfreundet. Hab ich wieder meinen Schnurrbart? Jaja, hast wieder den Pornobalken. Oh Mann ey. Sieht aus wie so'n, 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 so'n... Pornoprinz ey. Hehehe. Von Bel-Air? Äh, Pornoprinz einfach. Äh, fette... Die fette Rotzbremse da hat. Hehehe. Uuff, immer laufen durch hier weg. Ich hab jetzt auch so'n, so'n, äh, Bärenbehälter. So, Kaninchen liegt aufm, aufm Grill. Wie viele einfach da oben rumlaufen. Irgendwo abspeichern? Ja, wenn mich dann da schon wieder einer verfolgt. Das Ding sind da noch mehr, alter. Das Ding sind da noch mehr, alter. Das Ding ist da. Das Ding ist da. Der Charakter will einfach nicht schlafen. Der Charakter will einfach nicht schlafen. Das Ding ist da. Da bist du. Ja. Ich dachte schon, wo läufst du? Wo läufst du? Ja. So, ich hab jetzt kein Medi mehr. Was ist das mit Medis? Jetzt machen wir mal so schnell wie möglich Tag werden, oder? Ja, da kommt immer mehr Horn auf mich zu. Ja, da kommt immer mehr Horn auf mich zu. Ja. Au revoir. Ja. 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 Ich hab meine Heide hochgeführt. Untertitelung. BR 2018 Da brauchst du noch ein Stück Walröhre. Ja, wegen diesem komischen, tollen, netten, dicken Typen. Also unser Badesee ist ausgeleuchtet. Okay, gut. Das heißt, solange das brennt, sollte sich auch kein Vieh erstmal nahe sparen. Okay, ich bin jetzt mal sicher. Also mein Ziel ist es, wenn die Nacht noch so lange bleibt, eben wie zum Boot zu kommen. Die Base war nicht müssig, die Base musste aufgegeben. Oha. Äh, ja. Doch, dann macht hier nichts draus, weil bei uns pfeifen sie jetzt auch. Wir sind schon unser Fall am Ausbauen. Ich würde sagen, wir können auch uns auf ein nettes Gefecht mit dem Burschen einlassen. Wieso habe ich das scheiß dumpfe Gefühl, dass die immer näher kommen? Ich glaube, jetzt haben sie nichts mehr zum Angreifen. Jetzt kommen sie zu euch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die lernen aus unseren Tricks. Ja. Alter, da fragt mich schon die ganze Zeit jemand, ob er mitmachen kann. Wer denn? Arne. Hä? Arne. Wer ist das? Ach Gott, dieser kleine Bubi. Ja, der fragt mich schon die ganze Zeit, ich habe nein gesagt. Ich verstehe gar nicht warum. Ich dachte ihr seid so best friends und so. Ich fühl eine kleine Idee. Hörniss ja früher. Ich muss rausnehmen. Schön. Ich variere gut. Der ist wie so ein sterbender Elch-Anne. Das ist doch scheiße nah, ne? Ja, das macht mir ja die Sorgen. Deswegen haben wir... Das ist geil. Jetzt können wir die fast 1000 Steine gar nicht anbringen. Seh ich jetzt das gerade. What the fuck? Wir müssen schnell auf den Tag stellen, damit die erstmal abgescheut sind. Seht Tag langsam. Ich nehme an unser Steinvorrat und plündere den. Ganz schnell die Dinger da zusammen zu flicken. Also ich kann euch ne nähere Abholung anbieten nachher. Also gleich. Wann losläuft. Ne, ich denke wir machen jetzt erstmal die Mauer hoch. Weil wenn die dann wirklich irgendwann in die Nähe kommen, die machen jetzt alles kaputt. Ich muss jetzt noch mal die Wände neu ziehen. Ich hab die Außen schon neu gezogen. Weil die so schief sind. Ich weiß bloß nicht, ob das funktioniert sowieso. Fertisch. Die erste Steinwall ist fertig. Das erste Stück sagt mir erstmal so. Das erste Stück sagt mir erstmal so. No, ich. Aber wie du schon weit hamst dich passiert. So. Ich glaube schon. Oh, ich war das jetzt ganz schön. Ich mache mich nicht mehr so. Ich mache mich nicht mehr so. Ich bin einfach einfach. Okay. Ich übernehme mal die Planung hier. Was da? Jo, das funktioniert aber so, Marco. Wir müssen die ähm, die hinteren Mauern noch hier machen, die ich gesetzt hab. Damit das dann auch hier groß wird. Die hier auch so. Die schon gar nicht mehr gibt. Ah, geht's doch jetzt oder was? Ah, du hast hier zwar ein riesen Fenster, aber da kannst du mindestens deine aus dem Fenster rausfeuern. Ja, das ist ja okay. Jetzt setzt du es mindestens an. Hm. Okay. 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 vorgesetzt das ist das das praktischen zweiten weil gezogen ja doch warte mal wenn ich jetzt so ne aber haben wir jetzt auch wieder hier eine engstelle das ist ja jetzt hast du es ja wieder ich sehe gerade was du meinst du hast aber das falsch angesetzt äh müsstest wenn es ne geschichte irgendwie ja danke dass du das schon mal weggemacht hast dann guck ich mal jetzt sieht automatisch die ich mache die gerade weggegeben oh warte da war aber gerade hat er mir gerade fast eine option angezeigt die mir gefallen hat aber ich befürchte mal eben hier die wand reparieren hier ist noch eine wand noch kaputt ist die eine hier ich glaube ich hatte sie dann improvisierst du einfach weißt du wie okay könnten praktisch die klippe zum vorteil nutzen wollen wir das jetzt komplett zu machen damit wir auch mit dem mit dem wagen nicht mehr rauskommen auch da werden wir es offen lassen ist auch gefährlich ne also hinten die fläche müssen auf jeden fall zu machen und zur not da ich selber merke dass das irgendwie total buggy ist da wüsste ich aber eine option vielleicht die wir machen könnten nämlich wir nutzen diese mauer die wir da haben als vorteil ich glaube was wir erstmal machen müssen ist bauen wir müssen erstmal die umrandung bauen ich glaube erst dann kannst du hier ansetzen und so ne ja das gefühl habe ich zumindest sehr sehr und da die die das die die Vielen Dank.